Hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja eigentlich kann man schon fast sagen, das Duell, diesmal in Transport Fever 2. Wie auch beim letzten Duell, was glaube ich schon mittlerweile zwei bis drei Jahre her sein müsste, aus Train Simulator, ist wir mit dabei, der Lawan. Hallo. Und ja, wir haben uns gedacht, wir besorgen einfach, wir machen quasi eine neue Variante davon in Transport Fever 2, wir haben hier eine Map selbst erstellt mit fünf Städten, ich glaube 16 Industrien ungefähr. Aber die Industrien sind uns heute relativ lathe. Genau. Für Geldproduzierung können wir sie nutzen, ne? Was? Oder? Ja. Gibt's keine Regel, glaube ich. Also wenn wir jetzt Geld damit machen wollen, ist das in Ordnung. Stimmt. Aber sie bringt uns nichts voran in unserer Challenge. Genau. Denn unsere Challenge ist, wir müssen möglichst viele Passagiere befördern. Ähm, also wir müssen, diese Zahl hier unten, man sieht es ja immer ganz schön, hier links unten wird die Zahl angezeigt. Kannst du hier auch mal kurz am Maustagern draufhalten und siehst, sehen die Leute das mal kurz. Dort ist die Zahl, worauf es heute ankommt. Die transportierten Passagiere sind unser Goal heute. Wir müssen möglichst viele Passagiere transportieren in einer Stunde. Und wer die meisten Passagiere transportiert hat. Bei normaler Geschwindigkeit vom Spiel. Genau. Bei normaler Geschwindigkeit vom Spiel. Der, wer die meisten transportiert hat, gewinnt. Wir spielen in der Moderne. Wir spielen mit einigen Mods. Vor allen Dingen Deutschen und deutsches Ausland. Ein paar Niederländer sind dabei. Aber alles rund um Deutschland. Ähm. Wir spielen, ja, wir spielen Jahr 2020. Ähm, kein Endjahr für Fahrzeuge. Das heißt, wir könnten drei theoretische Dampfloks nehmen. Werden wir nicht machen, weil das halt mega unrettabel ist, ne? Ja. Die alten Fahrzeuge vermutlich einzusetzen. Aber wir können auch alte Fahrzeuge einsetzen. Also die können nicht auslaufen. Es sind halt einige Monster dabei, die vom Prinzip her eigentlich gar nicht mal funktionieren würden. Ähm, die 2020 schon ausgelaufen wären, sag ich mal, für ältere Züge. Und wir starten mit 100 Millionen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Startbetrag, da in dieser Zeit die Züge schon relativ teuer sind. Genau. Haben wir noch was vergessen? Ähm, die Mods, also da gibt es eine Collection aus Steam. Ähm, von der Map gibt es auch. Die Map gibt es auch bei Steam. Da können wir dann ja den Map Download auch freigeben. Wenn ihr auch auf dieser schönen Karte, ist halt schon schön, ne? Ähm, auch euch ein bisschen rumtreiben wollt. Ist übrigens Maßstab klein, 1 zu 1. Und, genau. Ja, und übrigens, wenn ihr das, also wie gesagt, ihr habt unten die Liste, äh, unten das Steam-Mod und die Collection. Und wenn, spielt das mal nach. Habe ich mal Bock drauf, dass ihr das mal reinschreibt. Spielt mal auch eine Stunde in dem Spiel und schreibt mal, wie viele Passagiere ihr transportiert habt in der Zeit. Das würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, das auch mal nachzuspielen. Dann machen wir so eine kleine Challenge mit euch auch noch. Genau. Okay, da würde ich sagen, legen wir los. Ich würde sagen, wir legen los. Und, 3, 2, 1, Play. Ich habe fast vergessen, dass ich auf den Timer drücken musste. Ja, das ist gut, dass mir noch reingefallen ist. Das Interessante ist, ihr seht die verschiedenen Taktiken. Ihr seht auch, inwiefern ich das noch von seinen Spielen eingeblendet habe. Was ich da noch im Video ein bisschen bearbeitet habe. Welcher Stadt fangen wir denn an? Das ist natürlich praktisch, wenn das Ganze losgeht mit Autosave. Das ist super. Aber das wird ja, glaube ich, jetzt dich das größte Problem oder die größte Sache ausmachen, oder? Nee, 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 nee. Was kostet denn so ein paar? Ich würde sagen, der Bahnhof kommt dann hier vorne hin. Und dann können wir hier ja einfach schon mal so eine Buschschatzung hinpacken. Perfekt. Ist das jetzt schlau? Nein, das war nicht schlau. Fug. Ja, nehmen wir erstmal wieder raus. Weil wir nämlich dann... Ich glaube, das ist bei dem Betrag vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ich werde jetzt mal was gleich doofes machen. Ich will mich sogar ein paar Häuser wegnehmen für den Bahnhof. Aber nur zwei. So. Da, dann können wir hier rausfahren. Dann können wir nochmal hier halten. Und dann machen wir diese Runde und fahren dann hier lang und halten dann nochmal hier. Machen daraus dann die erste Linie für Besental. Finde ich auch ein schöner Name. Ich habe in Dings angefangen. In Osterwürth. Weil das die größte Stadt ist. Oder müssten wir hinten raus. War vielleicht gar nicht so schlau, da hinten anzufangen. Ja, war vielleicht nicht so schlau. Vielleicht werde ich auch erstmal nicht die beiden Städte mit Zügen verbinden, sondern werde erstmal hier nur einen Bus einrichten. Sorgt ja auch für Passagiere. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Gut, dann können wir eigentlich jetzt Besental mit Talhofen vom Prinzip her dann gleich verbinden. Wir packen einfach schon mal hier einen Bahnhof hin. Bahnhof sind übrigens die Standard-Mods. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen ja nicht schnell sein, die müssen nur günstig sein. Ähm, Missionen ist glaube ich so relativ viel letzter hier bei denen. Ich gehe schon auf Hochgeschwindigkeit, gehen wir vielleicht sogar auf 240 Meter. Die ist zwar älter, aber ich muss finanziell gucken. Passt. Ähm, Linie 1. Dann haben wir schon die ersten Busse unterwegs, das ist gut. Dann mache ich jetzt... Ha, ha, ha. Manchmal ist es doch gar nicht schlecht, dass man das hört, weil mir ist auch erst nachher eingefallen, dass es gar nicht so sinnvoll ist, da hinten zu bauen. So, aber wir werden die Zugstrecke da auch noch bauen. Ähm, die Frage ist, wenn wir das alles... Ja, wir verbinden das alles hier in der Mitte. Wir machen einen Zugknoten. Oh, wie machen wir denn... Ah, da müssen wir vielleicht mal gucken, wie das Höhenfofil betrifft. Okay, ist eigentlich ganz straight. Ähm, würde ich versagen... Kommt der Bahnhof hier zwischen, wenn er da passt? Der passt natürlich nicht. Dann machen wir den halt hier vorne hin und können dann hier wieder auch so eine Station packen. Äh, okay, da ist die erste Million schon weg. Geil. Du hast schon Millionen rausgegeben. Aber du hast wahrscheinlich auch schon Bahnstrecke gebaut, ne? Ne, noch nicht. Ich habe bisher nur die Bahnhöfe gebaut. Können wir ja vom Prinzip her sogar hier lang gehen. Nämlich nochmal die, die haben halt nicht so viel Kapazität. Ich glaube, für die werde ich jetzt ein bisschen mehr Kapazität brauchen. Wobei wir können, wir können das ja nutzen und dann können wir hier nochmal so ein schönes Depot hinpacken. Passt dann ja perfekt. Geschwindigkeit ist relativ latte eigentlich. Wunderbar, das reicht auf alle Fälle. Dann, ähm... Nehmen wir die hier. Die Plackierung ist mir gerade relativ egal, ehrlich gesagt. Komm, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Auch wenn es eigentlich scheißegal ist. Ah, das war auch zu viel. Fuck. Ja, ich bin zugewöhnt, einfach zu viele Fahrzeuge zu kaufen. Wir brauchen niemals zu viele. Ich würde sagen, fünf sollte reichen. Wahrscheinlich auch schon zu viel, aber... Machen wir noch eine zweite Linie, die dann dementsprechend ein Tier lang fährt. Einmal die Linien an. Ich erinnere mich noch dort. Ist jetzt... Ne, Vollgas. Ja, wir würden jetzt hier eine Brücke bauen für 200.000. Die will ich halt nicht bauen. Ich will hier ein bisschen rumgehen. Ich will hier aber... Wo eigentlich ist... 300 müssen wir nicht behalten. 200 würde mir reichen. Neue Linie, die geht dementsprechend dann hier lang. Und ich pfeife jetzt auch mal auf meine Regel, dass keine Bahnhöfe... äh, bei, äh, keine Bahnhöbergänge bei über 160 sind. Das ist jetzt für diese Mission relativ egal. So, nächstes Ziel ist, zu gucken, dass wir hier einen sinnvollen Bahnhof in der Strecke wollen. Denk mal hier unten. Ich glaube, wir stecken schon mal den ersten Zug auf die Strecke. Das war erstmal die Bahn hier fertig. Äh, wie heißt die andere Stadt nochmal genau? An den können wir dann später nochmal dran anbinden. Das wollte ich natürlich nicht. Ich glaube, das reicht für eine Länge, aber das kann ich später noch erweitern. Aber das sollte locker reichen. So, wenn wir das hier... Ne, ich würde sogar gerne ein bisschen näher in die Strecke ranbauen. Dann haben wir nämlich schon gemeistert statt. Ja, Leckmilchspiel. Das Doofe ist, dass ich das Spiel nicht anhalten kann. Weil Sportler spiele ich mich die ganze Zeit da in die Straße. Jetzt hab ich es hingekriegt. So. Das übliche Problem also. Mhm. Direkt Zeugweise Ausbau? Ja, mach ich. Weil das ja gerne... Bevor wir das machen, schicken wir erstmal hier ein paar Busse auf. Raus. Ähm... Passagier. Übrigens, wenn jemand pleite geht, hat er natürlich auch verloren. Habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber das ergibt sich ja von selbst. Also nehmen wir mal den Normalen. Davon holen wir uns mal fünf Stück. Und nicht 51 Stück, danke. Fünf Stück für zwei Millionen. Oh Gott. Machen wir uns einfach trotzdem auf die Besental. Ähm... Besental 48 Sekunden. Das passt. Für Talhofen brauchen wir jetzt sogar den zweimal fünf. Hm. Nehmen wir den jetzt hier, das bin Zitaro. Worum der Unterschied zwischen den Varianten ist. Die eine ist günstiger. Okay, dann gehen wir mal... Wait, warum ist die günstiger? Weil die weniger reinpassen. Deswegen. Okay, dann nehmen wir mehr. Äh... Drei Millionen. Die für... Die Linie Talhofen 1. Oh Gott, oh Gott. Äh, und dann nehmen wir nochmal den... Ah, ey, der ist elektrisch. Das ist ja krass. Dann nehmen wir nochmal fünf Stück für die zweite. Okay, nee, wir müssen den anderen hier nehmen. Machen wir erstmal das. Äh... Was nehmen wir denn da? Komm, hier. Oder? Was hat der für Passaviere? Ein bisschen länger, ne? So, ne, ja, dann nehmen wir den. Erstmal. Ja, dann können wir nochmal den Bahnhof upgraden, konfigurieren. Mein erster Zug fährt. Nicht schlecht. Wie sieht bisher der Zwischenstand aus, von transportierten Passagieren? Null. 52. Aber ich hab doch schon die ersten Buslinien fertig. Ja, ich hab auch die ersten Buslinien schon... Also ich hab sie jetzt erstmal losgeschickt. Äh, da... Zack, zack, zack. Ist das schon verbunden? Ne, ne? Oh Gott, diese Zipfel da. Äh, da... Ich hätte vielleicht doch einen größeren Zug nehmen sollen, aber ich glaub, das lohnt sich noch nicht. So, dann nehmen wir... Das hatte ich letztes Mal genommen, den hier. Also hier werde ich wahrscheinlich, weil die Stadt größer wird. Ich vermute, dass das... Weil das hier unsere Hauptstadt mehr oder weniger wird. Können auch versuchen, den zu nehmen. Der hat aber gar nicht so viel mehr. Das sind, glaube ich, alles Elektrobusse hier. Die sind eigentlich relativ gut. Haben wir das auch, dann brauchen wir jetzt nur noch Sieg... Nee, Quatsch, das ist Diesel, aber der hat kaum Emissionen. Hm, guckt auch nicht schlecht. Äh, wie viele Leute? 27. Ich bräuchte das. Wir nehmen erstmal auch hier die. Nehmen wir einfach... Hör mal, kommt hier. Für unsere Berliner Freunde. Eine neue Linie hat hier vier. Dann möchte ich gerne hier ein Signal haben und hier vorne. Die ersten Leute warten auch schon an der Zugstation, das ist gut. Ja, einer. Die ersten Leute. Anfuchszeichen. Ähm. So, die Frage wäre, ob wir jetzt schon anfangen, hier zu verbinden. Ich hätte was noch machen. Ja, wir machen mal. Oder wir verbinden das immer, das wäre da zu machen oder hier unten. Ich glaube, wir machen es erstmal so rum. Wir haben das Geld ja noch. Ja, haben wir. Okay, 58 Millionen, ich hole jetzt den ersten Zug. Wie viele Millionen hast du noch? 85. Ich habe 70 noch. Oh, das ist jedes Mal, wenn man irgendwie da was auswählt, dann wieder stehen bleibt und nichts passiert. Also jetzt hast du eine, äh, hast du eine Dings? Ist, äh, hier speichern oder was meinst du? Nee. Oder hakt der PC. Ab und zu mal kurz hakt. Äh, nehmen wir jetzt. Ich hoffe, das wird nicht zum großen Nachteil, aber eigentlich, ja, sollte nicht so grössig unterschiedlich werden, oder? Nee, denke ich auch nicht. Ich habe den 21.06. bei mir. Wir passen 100. Ja, ich habe auch mit ohne Datum Dings, ohne Beschleunigung davon. Ach, du hast 21. Stimmt, du hast ja ohne Beschleunigung. Ja, ich bin ein Trottel. Stimmt, der 21.06. ist ja heute, was das Video rauskommt. Die haben das ja schlau gemacht. Ja, das sollte man vielleicht mal darüber nachdenken. Jetzt wäre die Frage, wie kommen wir hier durch? Na, eigentlich würde ich sagen, machen wir Geld, ne? Boah, 19 Millionen, nehme ich einen Zweiteiler direkt? Das ist, das ist noch gut. Schafft 960, okay. Boah, das schafft, passt. Okay, gut, passt. Ja, was habe ich denn für einen Bahnhof genommen? Könnten jetzt hier runtergehen und könnten dann über, ja, machen wir. Kommen wir hier über die Armiste gehen. Wir müssen ja, also ich glaube nicht, dass ich immer Schiffe einsetze. Okay, draufgeschissen. Runter auf 9 Millionen. Oh, oh, oh. Neue Linie. Von Besen-Tal nach Tanf. Ich will dich ja nicht verunsichern, aber ich hätte es nicht gemacht. Talhofen. Vielleicht will ich dich auch verunsichern. Man weiß es nicht. Ja, vielleicht, ah, Moment. Vielleicht will ich auch mal eine neue. Das war natürlich total klug. Oh, ne, das war sogar, boah, Liebe geht raus an das Game. Das sogar gesagt hat, ja, okay, weißt du was? Ich nehme mir, okay, das Spiel hat nämlich gesagt, okay, zweigleisig nehme ich. Echt zweigleisig? Ja. Ich fand ja immer zweigleisig. Okay, ein Zug wäre, hätte ich das, glaube ich, auch getan. So, belastend. Vor allem, Nix nimmt gerade Geld ein, ne. Und dann so ein Mist zu machen, ist natürlich auch blöd. Ich kaufe jetzt die zweite Strecke, den Zug für die zweite Strecke. Ähm, so, was nehmen wir denn da? Nehmen wir dasselbe? Der ist ja eigentlich von der Sache ganz gut. Ich nehme den erst mal und wenn wir dann später mehr brauchen an Kapazität, dann kaufen wir uns einen neuen. Ähm. Vom Prinzip her müssen wir einfach nur noch einmal pendeln. Was sind denn die Ausgaben? Passen halt 244 rein. Okay, der Zug ist noch, ich habe, ich dachte immer so, okay, 160 Meter lang ist der Zug. Oh Gott, reicht das hier überhaupt? Aber es reicht dicke. Beide Bahnhöfe sind, glaube ich, 240 Meter lang oder so. Hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, weil ich nur lange, so lange Züge einsetzt habe. Aber ich habe keinen Bock später, so zu planen. Ja, er muss jetzt ein kleiner mitwarten. Ist so. Egal. Ich wollte gucken, ob irgendwas, wo ist denn mal die Finanzübersicht? Bin ich jetzt schon wieder blöd? Ertrag. Hier fanden fünf Leute damit, wollen die alle jetzt hier raus? Ich hoffe, die wollen hier raus. Dann habe ich schon mal fünf Passagiere, die mitfahren könnten. So, auf den einen Zug warten 14, auf den anderen wartet noch keiner. Wie viele Passagiere hast du schon transportiert? 95. Okay, ich bin bei 182. Aber hier laufen ja auch die Linien, das ist ja das Ding, ne? Langsam an. Ja, ich habe im Moment auch noch kein Geld, ne? Ich habe aber noch 67. Quatsch. 47 Millionen auf dem Konto. Hier will aber auch keiner mitfahren. Das ist natürlich auch wieder belastend. Was haben wir denn für eine... Okay. Einfach mal zwei Minuten hier Frequenz hier für die erste Zuglinie. Die mittlerweile Minus... Oh Gott, oh Gott. Hast du zwei Zöger eingesetzt? Ja. Oh. Zwei, wohlbemerkt, zwei, ne? Gedingst. Äh, zwei... Weißt du noch gleich? So eine Doppeltraktion sogar. Krass. Auch hier warten die ersten Leute. Der erste Lloyd wartet, um es genau zu formulieren. Ich muss hier mal so machen, sonst haben wir nämlich langsame Geschwindigkeit. Ich weiß, das ist nicht der schlauste Bahnhofposition gewesen. Aber, ich baue trotzdem. Oh, jetzt will ich hier aber nicht... Sonst wird das ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich soll die Bahnsteiger mal ein bisschen kleinere Abschneide bauen. Okay, schön durch den Wald. Oh, die Wald... Ich würde ja fast Mitfahrt machen hier durch den Wald. Aber dafür ist das Format nicht gedacht. So. Wollen wir alle zum Bahnhof, zum Frontal hofen? Einer will noch dazu. Oh, oh, es läuft an, es läuft an. Ich muss da gucken, was für meine Züge für den Takt haben. Frequenz von vier und fünf Minuten, das ist für den Zug perfekt. Also, meiner Meinung nach nicht. Vier Leute fahren da jetzt schon mit. Das ist sehr schön. Das heißt, die Strecke nimmt auch Geld ein und verliert nicht nur... ...Millionen über Millionen über Millionen. Da warten jetzt sieben Leute. Sehr schön. Wie viele warten hier drüben? Null. Geil. Das ist auch sehr geil. Dann gehen wir jetzt hier durch den Tunnel. Ich glaube, ich werde gerade hier spendabel, aber ich baue jetzt hier Tunnel. Du hast ja das Geld. So, was machen wir? Wir müssen jetzt hier noch ein Gegendepot eigentlich bauen. Egal, machen wir kurz. Wir müssen eigentlich das Fahrzeug... Ach der, scheiße, der steht die ganze Zeit. Warum stehst du denn? Du kannst doch fahren. Ach ja, weil ich kein Signal gebaut habe. Oh, das war doof. Das war ein Fehler. Scheiße. Wir holen uns mal 18 Millionen wieder. Wir können die Fahrzeuge im Nachhinein ja immer noch verändern, wenn sie... Wirklich... Es warten nämlich hinten bestimmt viele. Viel. Geht aber noch. Jetzt warten auch hier welche, wunderbar. So, ich würde jetzt eigentlich immer denselben Blaschenzug nehmen, aber im Moment lohnt sich der, glaube ich, am besten. Wir gucken doch mal den. Was kostet der eigentlich? Fahrzeug verwalten. Der ist wesentlich günstiger. Ja, nehmen wir den mal. Das war kleiner. Und... Wir nehmen den mal. Wir können die Doppeltaktion eventuell nehmen. Das ist ja keine große Stadt. Was kostet der? Was kostet der? Was kostet der? 41. Das heißt, wir nehmen jetzt hier auch Geld ein. 41? WTF? Warum? Wir nehmen die größte Stadt. Okay, dann müssen wir Osterwirt verbinden. Passt ja ganz gut. Dann können wir tatsächlich sogar hier vorne... Oh, der ist ja schön kurz. Nehmen wir trotzdem mal. Wir können ihn ja immer noch verändern. Fahren jetzt bitte die beiden Züge los. Ach, ich kann doch nicht nachgucken. Ja, manchmal ist man versucht, das Spiel schneller zu schalten. Was natürlich nicht erlaubt ist. So, was hat das? Was haben wir denn hier jetzt? Ich hatte... Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Einen Zug fuhr mir die ganze Zeit nicht los. Das könnte fortfühlig, um nicht wieder ranzukommen. Ich hätte den hier genommen, ne? Kapazität. Möglich ist es. Ich hätte vorhin den anderen genommen, ne? Wir könnten auch hier wieder alte Busse einsetzen. Also, die von älter sind. Komm, das heißt doch. Die sind zwar relativ doof mit der... Äh, mit der... ...Emission, wollte ich sagen. Danke. Kann man nicht reden. Warum brauche ich eigentlich die Busseite-Stelle vorne hin? Auch selten dämlich. Muss ja, wenn's schon hier sein. Wir wollen ja direkt einen Umstieg haben. Wollen wir hier mal einen Kopfbahnhof hin, würde ich fast behaupten. Sehr gut. Das geht dann hier aber auch eingleisig rein. So, gucken. Wir müssen noch da vorne. Das wird, glaub ich, passen. Und dann gehen wir hier auf die Eingleisigkeit. Hm, bei mir verdient bisher auch noch keiner Geld. Oh, hier warten aber auch einige jetzt. Sag mal, ist der immer noch nicht... Alter, dann rast ich gleich aus. Warum fährt der nicht... Willst du mich verarschen? Warum fährt der nicht los? Der andere hat doch ein Signal. Mann! Oder fährst du aufs falsche Gleis, weil du ein Trottel bist. Und fahr dann bitte auch aufs richtige Gleis. Dann kann der andere nämlich mal losfahren. Da schlägt die ganze Zeit ein Zug oben und verbraucht Geld. Ja, das ist natürlich super. Boah, jetzt fahr, fahr los, sonst... Mach dir gleich Feuer unter mir, da du blödes Mistvieh. So, Entschuldigung, ich bin aufgeregt. Jetzt können wir das mit dem verbinden. Wie viele Passagiere hast du? Äh, 232. 369 jetzt gerade. Oh, das ist natürlich... Aber wir bleiben gleich vom Abstand, ne? Das war jetzt äußerst klug. Das mit dem Falschen zu verbinden. Oh, 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 oh. Die ist schon gut besucht. Die könnte ich gleich sogar schon... ...weil das Fahrzeug für nehmen. Nein, der fährt ins... Habe ich... Ich zünde dich an. Jetzt fahr los. Ich sag dem noch, fahr in das Anteil. Nö, warum wollte ich noch so Gleis fahren? Warum denn auch? Gibt doch gar keinen Sinn. Das hat schon alles seinen Sinn. Mistvieh. Oh, das ist aber auch eng. Ach, jetzt fährt der wahrscheinlich los. Und kommt da nicht mehr weg. Ach, du bist ein blödes Trottelvieh. So, fahr wieder zurück ins Depot. Ey, das gibt's nicht. Ich setze hier gleich ein Depot hin. Ich dachte, das können die schnell miteinander erklären. Aber die sind zu blöd zum Kacken hier. Entschuldigung. Kriege ich mich auf, oder? Nee, völlig normale Reaktion. So, du wirst jetzt verkauft. Ich kaufe mit 9. Hast du jetzt sofort gemisst. Oh, oh. Beziehungsprobleme. Hm. Nein, ich wähle jetzt gerne. Ey. Hä, warum kann ich hier jetzt... Jetzt. Komischer Bug. Ich konnte das gar nicht auswählen. So, jetzt. Du bist bitte auf Liniennummer. Muss ja nicht zwingend schön aussehen. Muss ja einfach nur funktionieren. Ist der verkauft? Nee. Hier lang, da lang. Dann drehen wir hier. Dann geht es hier lang. Dort lang. Dort lang. Dann fahren wir einmal hier durch. Dann halten wir hier, wenn ich es dran denke. Hast du doch Geld? Da vorne, dann dort, dann dort, dann dort. Gleich nicht mehr. Ich hoffe ja den ganzen Tag drauf. Moment, ich habe auch noch noch... Ne, ich habe 31 jetzt wieder. Stimmt, ich habe mal 1 zu verbraucht. Okay, das ist wert. Jetzt schaue ich mal, ob das passt. Hier, 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 hier. Ah, perfekt. Eigentlich hätte ich es direkt hier. Eigentlich hätte ich es direkt hier. Oh, der wird voll, ne? Der ist voll. Ne, der ist noch nicht ganz voll. Oder ist das die andere Linie? Ne, das ist richtig. Okay, gut. Passt. Neue Linie. Hier, nach hier. Oh Gott. Da könnten wir mal richtig Highspeed hier bauen. So mit die längste Strecke, die wir hier haben. Überlege ich mal wirklich hier auch mal einen höheren, schnelleren Zug einzusetzen. Meine Osterwirt ist die größte Stadt und Kleinmachnau, glaube ich, die zweitgrößte, ne? Ja. Lass uns da mal einen Express anrichten. Heinz Österwurt. Wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir schon mal neue Linien... Mach ich mal richtig schnell, weil ich hier eigentlich ganz gerne, dass der schnell beschleunigen würde. Wenn sie ein bisschen durch das... Eventuell ein bisschen... Äh, in Besental bitte auf der... Ach, wir haben noch gar keine Ahnung, der 2. Wieser, was sagt eigentlich die Zeit? Zeit sagt, äh, gleich halbe Stunde rum. Krass. Hab mich jetzt gar nicht so eingeschätzt, hätte ich gesagt. Ich wäre mir hier auch grad ein bisschen trantötig. Ein bisschen langsam. Verschiedenes... Dann möchte ich gerne, dass die... Ich sag nicht, dass der... Ich wollte gerade schon sagen... Du fährst doch, oder? Warum wartest du? Okay, jetzt kriegt er hier euer Gleis weg. So, jetzt hört auf zu warten. Hier warten 20 Leute. Okay, das Ganze alles anläuft. Dauert das eigentlich... Mach's gut. Wünsche dir eine schöne Fahrt. Und nerv mich nie wieder. Äh, diese Linie möchte ich verwalten. Auch bei Besental bitte auf die... Hallo? Warum will der nicht auf die 2? Warum will der nicht auf die 2? Muss ich das verstehen? Ah, jetzt aber 2. Einfach nur wieder baggieren. Oh, der ist da. Ja, da machen wir hier eine scharfe Kurve. Ist egal. Dann fährt er ja nicht so schnell in dem Abfall. Weih, wir nehmen wir Geld ein? Kann doch gar nicht sein. Totale Einnahmen. Ne, wir verlieren Geld. Solange man noch bis zum... Ja, ich verdiene noch... Boah, auf der verdiene ich... Ach, weil da die noch nicht losfahren. Krass, wir verdienen aber auch überhaupt kein Geld gerade. Eine Buslinie verdient von mir Geld. Von mir verdient auch nur eine Buslinie Geld. Boah, 5 Millionen machen wir gerade im Minus. Oh Gott, oh Gott. Der eine Linke zumindest. Oh, ich habe noch 27 Millionen. Das könnte knapp werden, da noch einen Zug ziehen zu kriegen, weil ich brauche gerade eine Zugstrecke. Boah, die eigentlich einen Schnellentzug draufstecken. Wahrscheinlich nichts. 41 Millionen, vergiss es. Was haben wir denn hier für 16 Millionen? Das wäre natürlich dann sehr knapp 110. Vielleicht nehmen wir wieder unseren Liebling hier den Eno. Aber der ist noch besser, ne? Der hat mir jetzt knapp 25. 20 Millionen. Der hat 160. Der hat mehr Zugrafen. Da müsste ich nicht deutlich in der Ansprache anfangen. Wir machen mal, kaufen mal den. Wie teuer ist die? Die ist 20 Millionen. Das ist mit der auch 20. 20, 16 nur. So. Die ist 15. Da passen 75 rein. Warte mal wieder. Jetzt muss ich aber ein, dass ich mir noch hier in den Straßen, die Pfoten und Straßen verbinden kann. So, komm her. Ach, wir haben noch 8 Millionen. Ach nee, wer Pleite ist eigentlich, hat wer Pleite ist auch noch nicht verloren, oder? Hat wer Pleite ist verloren oder hat, der kann den so lange einfach weitermachen? Ich würde sagen, der kann einfach weitermachen. Ich würde sagen, ich würde sagen, Pleite ist halt doof, aber du musst halt darauf späkulieren, dass es trotzdem weitergeht. Sind aber auch scheiße teuer zum Teil. Ist ja der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Trickwagen, wenn wir das schon so teuer allgemein ist. So. Dann nehmen wir einfach hier die normale DP. Mein Konto sagt noch 5 Millionen. Meins sagt aktuell noch 13 Millionen. Die Linie ändern wir um. Besental. Probier mal was. Öster Wurt. Ich werde dir jetzt Francesco nicht sagen, was ich probiere. Aber ihr seht's ja. Vielleicht bringt das ein bisschen Geld. Boah. Vielleicht war das doof. Vielleicht. Das dauert 5 Minuten. Das ist die richtige Linie hier, ne? Komm, 4 Zimmer, komm, wir verkaufen. Warum fährt er eigentlich noch leer? Könnt ihr jetzt mal Leute hier zu euren Bahnhöfen schicken? Passt auf, wir machen folgendes. Bevor wir das anders wirklich verbinden können, wir können ja hier vorne einen wissentlichen Bahnhof hin platzieren. Und dementsprechend schon mal vorbereiten, dass wir hier eine Haltestelle haben. Ein schönes Ding sogar. Die Stadt wächst aber so gar nicht, ne? Hatte ich jetzt die Busse fahren aber schon, ne? Hä? Hä? Das Ganze kann man dann auch hier in kleinen Machungen machen. Ach, ich bin ein Trottel. Scheiße. Fahrt, welche Linie fahrt ihr? Welche Linie ist das hier? Ach, ich hab, hat jetzt noch keine, nein. Oh, scheiße. Verklickt. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist, sonst wären die jetzt durch die Wadachei gefahren. Neue Linie machen, einmal. Das ist halt die Frage, wie viel Sinn macht das, aber wir machen es einfach. Talhofen, Abzweigung. Nach dort. Dann machen wir nochmal eine zweite neue Linie, ebenfalls von hier, allerdings hier hin. Was sagen denn der Passagierer? Äh, 536. Okay. Ich bin jetzt bei Gleisbahn 900. Aber ich hab, meine Bahnhöfe sind leer. Ich hab überall Züge gefahren, meine Bahnhöfe sind leer. Ich hab grad übrigens aufregt. Da sitzen neun vollen. Der Zug war voll und voll. Warum fahren hier keine Leute mehr mit? Äh, das war verkehrt. Das war hier unter Anning. Ne, das war Anning. ÜLW Anning. Und hier ÜLW. Äh, Kleinmacho oder sowas. Klein. Mach No. Der ist voll, okay. Haben wir noch Geld? Wir haben kaum Geld noch. Wir dürfen ja Kredite aufnehmen. Prinzipiell schon, warum nicht? Wir müssen jetzt mal eins durch noch verkaufen. Geht nicht anders. Warten bis der ankommt mit 31 Leuten. Im Nachhinein können wir immer noch welche Leute dazu holen. Warten wir mal noch, bis der ankommt. Okay. Oha, letztene 24 Minuten. Aber ich hab ein Netz aufgebaut. Ich werd wahrscheinlich kein Geld mehr machen. Ich werd vermeintlich jetzt einfach abwarten, eventuell. Kein Geld mehr, um noch große Experimente zu machen. Dann dauert das halt 5 Minuten bei beiden. Hier will noch keiner mitfahren. Da immer noch nicht. So. Der Bahnhof ist verbunden, oder? Ach, keiner. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum wir überhaupt keine Leute haben mit den Zügen. Müssen die Städte nicht noch ein bisschen mehr wachsen? Ach ja, ich weiß, wie die Städte zum Wachsen bringen. Ich bin ein Trottel. Logisch. Schaffe ich das noch finanziell? Fuck, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Was machen wir das hier? Geht die andere Strecke lang? Oh, das ist ein richtig langer Weg, Holy. War ne super Idee. Da haben wir auf jeden Fall immer mehr Fahrzeuge für. Schön, dass es so einfach geht hier. So, haben wir das. Dann können wir hier auch Fahrzeuge holen. Pfff, passen nur 14 rein. Das ist doch, das ist doch lächerlich. Wie viel Linie war das hier nochmal? Das war Linie Nummer 10. Okay. 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 Einmal fünf Stück für die Einzug von mir macht die Malone. Und machen wir zehn Stück nochmal. Überlege, ob ich die umändere. Weil hier warten einfach keine Leute. Dann haben wir da auch zum Beispiel mal eine Verbindung. Okay, wir machen es. Ich werde jetzt die Züge umändern. Wenn das finanziell machbar ist. Hierbei, das bringt nichts mit den Zügen zu fahren. Die anderen sind wesentlich effektiver. Es fahren hier schon, zumindest schon mal 44 Leute mit. Sehr schön. Vielleicht setze ich auch geradezu viel auf Geld. Die sind zwar ein bisschen langsamer. Wieso will keiner hier hin? Das ist die größte Stadt. Oha, hier geht das Geld enger jetzt los gleich. Was sagt deine Passagierzahl? Ja, du hast mehr als nur gewonnen. Warum die wachst du? Du hast wahrscheinlich doppelt so viel als wie ich. Ich bin gleich erst bei 700. Ich habe 1147. Das ist nicht doppelt so viel. Hm, bin mal dran. Ein bisschen schade, dass die Erdgasbusse, die Elektrobusse halt einen Sound haben. Wie viele warten jetzt hier? Ach, der ist bei dir. Das ist gar kein Soundbuck. Das ist immer so bei den Elektrobussen. Scheibenbar. Sehr schön. Das ist ja wirklich doof. Oder ist es so gewollt, dass es die alten Sound haben kann? Ja, aber kein Diesel-Sound. Na ja, man kann ja hier bestimmt in manchen Technologie-Sachen da was sagen, okay, ich möchte jetzt das und das haben. Wir machen einfach, wir müssen sowieso gar ein bisschen warten. Wir machen einfach mal hier eine Mitfahrt mit. Ja, aber bei mir ist auch gerade eher unspannend, dass ich einfach jetzt eine Linie aufgebaut habe. Ich habe keine Kohle. Ich mache immer noch 25 Millionen Minus. Eine Linie verdient, das ist von mir Geld. Das ist gut, super. Problem, den vielleicht auch mal ersetzen. Das ist zu viel. Was macht er und fährt er dabei? Null. Warum haben wir null Passagiere in den Bussen und in den Zügen? Und warum geht hier die Einwohnerzahl runter? What the fuck? Ach, weil die LKWs da durchfahren. Ah, okay. Vielleicht musst du schauen. Ah, ich verstehe. Du hast hier ein bisschen Geld reinschaffen wollen. Mhm, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe vor allem die Städte bis ins Waxen bringen wollen später. Ich glaube, das für die kurze Zeit funktioniert das nicht. Ach, wenn wir schon mal dabei sind. Falls ihr Ideen habt, was man hier als Challenge mitnehmen könnte. Lasst es uns gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. So, nee, glaube ich es mache. Ja, wir machen das jetzt. Hier fahren echt keine Leute mit, komischerweise. Und hier auf der Linie scheint auch. Also das ist jetzt Linie 9. Ist das Linie 9? Linie 5. Ach, Linie 9 ist die andere. Die wird gut bedient. Ich würde sagen, die andere Linie kommt auch ein paar weniger Leute. Alle fahren mit Linie. Irgendwann war noch nicht verbunden. Ist der vielleicht nicht richtig verbunden? Der war noch. Doch, ist ja, eindeutig. Da waren noch vorhin auch Leute. Ich bin ja nicht doof. Da warten jetzt aber viele. 62 warten jetzt hier. Oh, oh, oh. Langsam gibts Geld. Bei mir warten an einer Stelle. Ein Zug wird mehr genutzt und die anderen irgendwie gar nicht. Ja, das werden wir auch so. Bei mir wird aktuell nur eine Linie genutzt. Auch zwischen Klein Machno und Osterwirt? Nee, die habe ich noch gar nicht miteinander verbunden. Also überhaupt gar nicht verbunden. Das sind ja 62 Leute drin. Das ist ja schon mal toll. Oh, aktuell haben wir mehr verdient, als wir verloren haben mit dem Zug. Oder im letzten Jahr zumindest. Ich habe Einnahmen. Ich verdiene 2,3 Millionen pro Jahr. Oh Gott. Aber es kann gar nicht sein. Ich habe doch alle Züge verdient, immer noch kein Geld. Ach ja, weil ich... Ich habe Einnahmen, weil ich Züge verändert habe. Vergiss es. Ich dachte schon, ich mache Profit. Krass, hier sind jetzt 2 Leute mitgefahren. Das ist der Wahnsinn. Okay, der wird jetzt auch umgeändert. Warum fahren dann hier keine mit? Vor allem, warum fahren keine von Osterwirt woanders hin? Von mir fahren alle von Osterwirt noch Klein Machno. So. Das ist doch anders belastend. Haben wir hier welche, die warten. Hier will einfach niemand mitfahren. Oh gut, die sind auch erst mal auf der Strecke. Ich überlege sogar, die eine Strecke jetzt lässt 2 Leute aus. Aber ich mache jetzt erst mal eine Sache. Ich verbinde jetzt nochmal 2 Städte. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn ergibt. Oh, ich verdiene Geld. 2 Millionen. Ohne was zu verkaufen und zu verändern. Das ist gut. Das ist schön, 16 Minuten vorm Ende. Ja, eine Strecke kannst du noch bauen oder so vielleicht? Ah, ich habe nur 15 Millionen. Habe ich auch. Oh, jetzt noch eine Strecke. Insofern setze ich halt einen kleinen Zug ein. Oh, jetzt warten wir welche. Achso, nur für die normale Linie. Nicht für die ÖLB. Boah, ich kriege aber auch keine Leute. Wie viele Leute hast du? Äh, 807 mittlerweile. Okay. 1400. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt ein bisschen mehr steigt jetzt. Wir könnten jetzt hier runter. Wir könnten jetzt hier auch richtig Geld nochmal ausgeben, indem wir so ein Viadukt bauen. Insofern wäre es cool aus. Aber wir machen jetzt... Ist kein schönbau. Arvan, hör auf! So, wir könnten jetzt den Tal überspannen. Scheiß. 1,2 Millionen. Ja, die haben wir auch. Oh, dann kommen wir besser hinten dran. Nicht statt. Wir könnten vielleicht sogar... Ich glaube, das war ein Fehler. Ich würde es ja gerne. Ich würde es ja gerne auch mit anbinden. Oh, hier warten jetzt Leute. Geil. Hier wollen die Leute mit von der ÖLB. Sehr schön. Ach komm. Wir holen uns hier einen Bahnhof. Wir machen den ein bisschen kürzer. Nur auf 120... Äh, 160 Meter. Aber ich nehme 120. Ne, ach komm. So, zack. So. Ich hoffe nicht, dass du nochmal aufholst. Brauche ich gerade einen falschen Bahnhof an? Tatsächlich. Ich bin hier rüber gegangen. Ah, okay. Geht auch. Sehr gut. Ah, ich habe jetzt... Eventuell eine neue Strategie. Wie viel Zeit haben wir noch? Neun Minuten hast du für deine Strategie noch? Laut Timer haben wir noch 14 Minuten. Ach, und das... Ah, ich habe jetzt von der Aufnahme aus gedacht. Die haben wir vorher noch ein bisschen anmoderiert und so. Genau. Damit haben wir das jetzt verbunden. Ich wollte eigentlich eher in die andere Richtung eine Strecke bauen. Oh, toll. Jetzt haben wir hier ein schönes... Oh, das ist doch belastend. Ich habe ein Viaduct gebaut. Bekomme ich jetzt Bonuspunkte? Ich habe auch eine Strecke über ein Teil gebaut, aber ich habe kein Viaduct gebaut, weil man da mit 90 rüber krepeln muss. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das gebaut habe. Deswegen... Nun. Schönes Viaduct. Tschüss, Geld. Extra Punkte für Schönheit. Da kriegst du auch ein bisschen, was wieder zurück geht. Ja, ein bisschen. Ach komm, geht jetzt hier keine Kreuzweifel. Übrigens, falls ihr uns in die Kommentare schreiben wollt, was wir nächstes Mal besser machen könnt, könnt ihr das auch gerne machen. Oder mir in die Kommentare schreiben am besten. Ah ja, wenn ihr diese Vorteile erschaffen wollt, ne? Hm. Äh... 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 Wesental Osterwerth. Ach ja, okay. Das liegt daran, dass der jetzt verwirrt ist, was ich leiser benutzen soll. Ähm, warte mal kurz. Warum verbindet er das denn jetzt nicht? Das nicht, hab ich mir schon fast gedacht. Irgendwo... Okay, nein, du bist kurz einspurig. Okay, jetzt gibt... Er machte die Linie nicht mehr fertig. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie den Teil vergessen habe. Aber was kann das sein? Okay, laut Dings kommt der hier nicht zurück. Schauen wir mal nach, was das problematisch könnte. Äh, so, jetzt ganz fix. Gehen ein Signal hin. Da ein Signal hin. Da, da. Ja, ich hab eigentlich keinen Bock, Linien abzufliegen, aber es bleibt einfach nicht sein und so richtig. Warum erkennt er diese Strecke nicht? Transport Führer 2 macht mir einfach nur manchmal völlig Bullshit mit Strecken. Warum würdest du das klappen? Hm. Äh, so, jetzt ändern wir die Besental-Talhofen-Linie. Fügen nach Talhofen den Bahnhof noch hinzu und auf dem Rückweg den. Ich probiere das jetzt nochmal. Warte. Äh, warte mal, war das die falsche Linie? Linie 5? Welche ist denn Linie 5 eigentlich? Hä, war das Fahrzeug auf Linie 5 auch drauf? Ja, welches ist denn das Linie 5-Fahrzeug? Bist du? Ich stehe hier hinten. Ach, das ist die Linie. Ja, okay. Das geht natürlich nicht, weil wir... Wann ist es, dass ich die ganze Zeit eine Linie betrieben habe, die ihr nicht verbunden habt, weil es so blöd war? Schnell konfigurieren. Äh, zack, 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 zack. Geht's. Das Spiel läuft noch, beeil dich, beeilung, verschiedenes, äh, das hier hin, einfach 3 Stück, egal. Jetzt kaufst du den Mega-Fahrzeug oder was? Äh, ich wollte es nicht konfigurieren, ich wollte die Linie bearbeiten. Äh, da bitte auf Gleis 2, oh, das belastend wieder hier. Hiernach möchte ich gerne hier hin, auf der 2. Dann soll das da weiterlaufen, wobei das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir müssen noch hier vorne gucken, hier vorne läuft das auch perfekt weiter, wunderbar. Ich glaube, du hast Mega-Glück. Glaube ich nicht. Du hast, ich habe 2 Linie nicht die ganze Zeit nicht vernünftig betrieben und da fuhren die ganze Zeit keine Leute mit, weil der die nicht vernünftig erkannt hat. Okay. Wenn das Ding ist, ich habe jetzt einfach eine neue Strecke nochmal an der Angebunden, einen neuen Bahnhof hinzugepackt, das heißt, das ist natürlich risky, so auf den letzten 10 Minuten ungefähr. So was können wir uns alles nicht leisten. Es warten aber Leute, die auch dahin wollen, perfekt. Ähm. Haben wir noch Geld, die es verleihen können, ja. Wir fahren hier mit, hier fahren nur 22 über 112 mit, das ist halt echt zu belasten. Was ist denn hier los? Station melden, Güterstation kann nicht von... Och, fick dich ins Knie. Das ist natürlich... Also, ich habe mich gewundert, warum diese eine Linie nichts bringt. Das liegt natürlich daran, weil ich einfach... Güterbahn aufgebaut habe. Ja. Das wäre diesmal nicht passiert, aber es ist... Das hätte er nicht sein können. Ich habe mich gewundert, warum 2 Linie die ganze Zeit nicht bringen, weil er die nicht erkannt hat. Das ist echt eine Fail-Runde gerade. Ja, schön. Ach, wäre ja, wäre langweilig, wenn es einfach wäre, ne. Aber warte mal, hatte ich jetzt die Linie schon eingerichtet hier, die 13? Ich habe die Linie 11. Dann machen wir es ja mal fix. Gehen wir hier bitte hin. Ähm, Kollegen, wo würde denn da hinlangfahren? Da hin, da hin, da hin, da hin. Gar nicht, weil er es nicht erkennt. Da hin, da hin. Das Spiel nervt mich aber auch gerade ein bisschen. Da hin, da hin, da hin, da hin, da hin, da hin. Und nochmal hier hin. Und dann haben wir hier noch eine Haltestelle. Dann können wir diese Linie anpassen. Ähm, ähm. Warum geht diese Linie nicht? Boah, das Spiel ist so geil. Was denn? Das hat einfach hier random ne Busfahrlinie gepackt, obwohl ich erst die falschen Dinge hatte. Nice. Die übergeht raus. Das Problem ist, da bräuchte ich ein Geld für den weiteren Zug. Hast du dem noch Kredite auf? Jetzt habe ich dir noch Tipps gegeben. Ja, ich habe es vorher gehabt, aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich mir nehmen kann. Wie viel ich brauche. Wie viel haben wir noch? Drei, vier Minuten oder was? Äh, sechs Minuten. Äh, zu kaufen. Ich verstehe nicht, warum diese Linie nicht funktioniert. Irgendwas übersehen. Aber diese Linien sollten jetzt auch wieder genutzt werden, ne? Ja. Welche Linie war das jetzt hier? Das ist die Linie. Ich schau mal, wenn ich hier so eine rauf auf diese Linie... Äh, die... Ähm, was ich nicht kapiere, ist, warum er diese Linie nicht macht. Ich probiere es jetzt nochmal, aber ich habe es ja gerade schon schon mal probiert. Nach Talofen macht er. Verstehe ich nicht, verstehe ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Oder weil er da das falsche Gleis reinpacken will, wenn er ein Trottel ist. Das macht er mir öfter mal, dass er sagt, hm, hoch, rufst euch. Ach komm, wir können ja gerade sowieso nicht mehr wirklich viel machen. Ich würde jetzt aber gerne nochmal die Linie an den Start bringen. Oder können wir gerade nicht mehr viel machen? Aber selbst da erkennt das nicht. Haltestellen konnten nicht mehr in der Verbund... Was? Why? But why? Hä? Wir fahren einfach nochmal mit der Linie mit nach... Anningen... Mit der Anningen-Besenthal-Linie. Fats, der fuck, warum nicht? Ähm... Ich verstehe es nicht gerade. Was sagt dein Ergebnis gerade? Ich bin jetzt eh gleich zu Ende. Ich kriege diese Linie nicht hin. Ich weiß nicht, warum er diese Linie nicht erkennt. Es ist mir ein völliges Rätsel, was er da macht. Das sind zwei Bahnhöfe, die mir Bahnstecken miteinander verbunden haben. Punktende aus. Ich meine, ich bin ja ein bisschen blind, aber... Ich sehe da nichts. Kannst du mir nicht ein bisschen blind, schreibt es mal in die Kommentare, warum das so ist. Kommt er auch nicht. Ja, aber deswegen hatte ich den Geld. Ja, wirklich. Das war ein Seegang. Holler, die Waldfee. Wieso hat die Schiffe eingesetzt? Nee. Haben wir aber trotzdem einen Seegang. Oh, das wäre auch ein Eis. Du hast so eine Seegang, du hast so eine komplette Insel-like. Ja, nur mit Schiffen. Ja. So, wie viel Minuten haben wir noch? Zweieinhalb. Okay. Hier 27 haben wir hier drin. Könntest du mir sagen, wie es bei dir steht? Ich mache gerade eine Mitfalle, weil ich gar nichts mehr machen kann. Deswegen kann ich es gerade noch nicht sagen. Ich würde mal sagen, dann lassen wir uns überraschen, wie das am Ende ist. Es regt mich mega auf, dass ich diese Linie nicht bauen kann. Und ich verstehe es nicht. Okay. 27 sind ausgestiegen. Fünf wollen mitfahren. Also Hilde ist Heim Hauptbahnhof, ist leider falsch. Tut mir leid. Ach, du hast auch einen Eno eingesetzt. Ja. Den habe ich mittlerweile nicht mehr verstreckt. Ich habe andere Züge mit verfallen. Doch, diese Mitfahrten sind ja schrecklich. Warum? Ich steige auch nochmal in einen ein, das wirkt sich nicht mehr. Ja, also ich sage mal... Weil du quer durch die Landschaft baust. Nein, weil man quer durchs Fahrrad, durch den Fahrrad, durchs Cockpit geschleudert wird. Du machst so eine schöne gerade Anfangssequenz, dann geht einmal kurz hoch und runter und einmal links und rechts und dann fliegst du einfach mal wieder hin und her. Das ist ja leider keine starre Kameraperspektive wie jetzt bei Transportfieber. Mhm. Ich war jetzt auch gerade mit meinem Zug eingestiegen. Ich wollte diese andere Linie bauen. Schreibt mir mal in den Kommentar, warum die Linie funktioniert, falls ihr das wisst. Verstehe ich. Oh mein Gott, ich fliege hier noch aus dem Fenster. Oh mein Gott, Hilfe. Oh Gott. 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 Also eigentlich wollte ich an den Mitfahrt machen, damit wir so ein bisschen was von der Schrecke sehen. Aber tut mir leid, scheinbar ist es nicht möglich. Ich muss jetzt auch noch bergauf. Ähm, wir haben noch 47 Minuten, äh Sekunden. Ich habe, ich habe aufgeholt, was die 1000er-Bereich betrifft, aber das war es halt auch. Du hast noch alle vielleicht gewonnen. Ich bin nicht mehr im 1000er-Bereich. Du wirst nicht im 1000er-Bereich? Mhm. Okay. Also nicht da drunter, sondern darüber wollte ich sagen. Ach so. Im 2000er-Bereich. Ah okay. Ja, ja. Dann hast du. Aber sowas von dicke gewonnen. Ich muss so begeben, ich habe probiert, das nochmal mit Überlandbussen zu machen. Wir können ja gleich, wenn die Zeit um ist, dann das Ganze pausieren und dann nochmal so Review passieren lassen. Ja, Autosave. Ich gehe mal nicht auf den Keks. Ich glaube, ich sollte Autosave beim nächsten Mal ausschalten. Ich habe das Einzige, was ich angesetzt habe, ist nochmal Busse um. Das war's. Ich fahre auch gerade im Bahnhof ein, kleinen Moment. Das ist ganz gut. Der ist auch wieder Huckelfüste hier an einem Bahnhof am Bahngang. So, also. Ich drücke auf Pause. Und das ist jetzt der Wert. Hast du schon pausiert, Janne? Ja. So, 2502. 1307. Ich glaube, es war klug, von Anfang an die Größe Stadt als erstes zu verbinden. Ich habe mit, glaube ich, der Zweitgrößten oder so angefangen. Habe ich aber auch. Ich habe mit Österreich angefangen. Ja, stimmt. Aber ich habe da nicht. Ich habe kleinen Machen, wo er es spät angebunden ist. Und das ist ja der Zweitgrößte Stadt, das ist mehr oder weniger. Ja, bei mir ist das Besental. Ich habe mit Besental angefangen, bin dann hoch nach Talhofen. Habe später dann Besental mit Österwurt verbunden, was überhaupt nicht angelaufen ist. Mittlerweile warten da jetzt 38 Leute. Und irgendwann habe ich dann verzweifelt, im verzweifelten Modus, habe ich dann zwei Überland-Buslinien gebaut. Die von Talhofen nach Klein-Machno und nach Anning führten. Und halt ganz am Ende habe ich dann, glaube ich, nochmal so ungefähr, weiß ich gar nicht, vielleicht 400 Leute oder so dazugekommen, als ich dann nochmal Talhofen in den letzten 10 Minuten mit Anning verbunden habe. Und dann die Linie erweitert habe, die eine. Also ich habe angefangen mit Osterwurt-Besental, dann Besental-Talhofen, dann hoch nach Anning. Talhofen sollte eigentlich mal der Knotenpunkt werden. Hat aber nur aus Anning und aus Besental in Verbindung gehabt. Klein-Machno-Talhofen hat die ganze Zeit nicht funktioniert, die Linie. Die beste Linie war Klein-Machno-Osterwurt. Die hat die ganze Zeit Geld reingebracht. Ich habe zwischendurch gemerkt, dass die Linie Talhofen, das ist Linie Talhofen und Besental und Osterwurt und Besental die ganze Zeit nicht funktioniert haben, weil er die nicht erkannt hat. Alter, der könnte, warum ich nicht so viele Leute hatte. Ich habe am Anfang auch mit Neno gearbeitet, habe die dann umgestellt auf diesen kleinen Stadler. Diese fast Halbstraßenbahn da. Das ist das Stadler, was auch immer. So ein kleiner Triebwagen nur. Habe ich gar nicht, glaube ich, genutzt, oder? Ich habe den, den, äh, wo ist er denn? Stadler, GT, 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 GTW Arriva habe ich genutzt. Oder GT, GTW. Ich habe nur den Neno benutzt und dann habe ich, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, und dann habe ich die, BR, äh, ja, habe ich halt die, 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 ich habe halt quasi immer nur die BR-40. Die BR-40 genommen, mit, einmal mit der Endo-Lackierung, einmal mit der, oder zweimal mit der DB-Lackierung. Ja, also ich habe mit, äh, MDR, wir haben alle nur 1.440 genommen. Niemand hat auch vor allen Dingen den Zug, einen Lokmaphonzug gespannt. Es war einfach so teuer, ne? Ja. Wenn man mal betrachtet, hätte man jetzt die BR-145 genommen, so als Beispiel. Oder von mir aus dann noch die Regio, oder was auch immer. Ähm, die Regio, nehmen wir mal die, nehmen wir mal die BR-145 Regio, die kostet allein schon 16 Millionen. Stimmt. Und dann brauchst du noch, brauchst du noch Passagierwagen, keine Ahnung, welche man dann auch mal nehmen möchte. Äh. Ja, 2 Millionen vorwagen, ne? 3 bis 2 Millionen. 3,4 habe ich sogar gerade gesehen. Ja, das sind so 2,5 Millionen oder so, und dann hast du insgesamt dann auch einen Zug für 25 Millionen. Wäre vielleicht... Ja. Es ist halt die Frage, was halt relevanter ist, ne? Wir können ja nächstes Mal vielleicht mal eine Map probieren, wo wir eine richtig große Stadt haben. So eine richtig große Stadt. Weil das wird dann interessant, weil dann ist nämlich die Sache, nehmen wir wirklich Züge in der Stadt? Oder nehmen wir Busse oder Straßenbahnen? Ich habe keine Straßenbahnen, nur Busse genommen. Weil die Städte sich halt für Straßenbahnen und Kleinbahnen fand ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für diese Map nochmal für Challenges habt, sehen wollt? Oder wir nehmen eine neue Map, wir gucken mal, was wir nächstes Mal machen. Wir haben so ein paar Ideen, was wir auf jeden Fall machen. Falls ihr noch eine Idee habt, was für eine Challenge wir machen können, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, ne? Würde ich auch sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns, äh, äh, ja, sagt auch mal, wie das fandet. Das ist ja eine neue Idee von uns als Format. Ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und vielleicht am besten wäre auch, warum. Das hilft nämlich als Kritik immer besser. Er konnte so viel Kritik so, dass man auch was damit anfangen kann. Was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Ähm, ja, ich kenne das. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020